Mit einer Spannweite von 1460 mm überzeugt der neue You Can Fly aus dem Hause Hype nicht nur durch Größe. Ausgestattet mit Querrudern in der Tragfläche ist das Modell der ideale Partner für den Einsteiger. Rumpf, Tragfläche und Leitwerk sind geschäumt, die Montage des Modells erfolgt ganz ohne Klebstoff. Das Finish ist hochwertig. Alle Teile werden mittels Stecksystem miteinander verbunden und mit nur wenigen Handgriffen ist das Modell aufgebaut und startklar. Hype bietet das Modell in zwei Ausstattungsvarianten an. Für bereits 159 Euro UVP sind alle Komponenten wie Servos, Brushless Motor und Regler eingebaut und angeschlossen. Die Ready-to-Fly-Version kommt auf 239 Euro UVP. Dann liegen ein 2,4 Gigahertz Sender und ein passender 3S-Lipo-Akku dem Lieferumfang bei. Nettes Gimmick ist der Abwurfschacht auf der Rumpfunterseite des Modells. Das Flugverhalten des You Can Fly ist gutmütig und der Hochdecker kann sehr langsam geflogen werden, bevor es dann zum Strömungsabriss kommt. Dies gibt gerade Einsteigern genügend Zeit, vor allen Dingen richtig zu reagieren. Unser Fazit Der You Can Fly ist ein eleganter Trainer mit gutmütigem Flugverhalten. Durch den sehr hohen Vorfertigungsgrad und die ausführliche Bedienungsanleitung ist das Modell innerhalb weniger Minuten startklar. Der You Can Fly ist für Einsteiger absolut zu empfehlen. Der You Can Fly ist für Einsteiger auf 255- την Verlegung. Der Abwurfschacht